Was ist Ökonomie der Menschlichkeit? Was ist Ökonomie der Menschlichkeit? Für mich ist es so, dass es in der Wirtschaft ganz wichtig ist, dass wir für den Menschen etwas tun. Das ist der einzige Sinn, wenn man das versteht. Wir wirtschaften, wir tun gerne, wir setzen gerne um. Aber im Vordergrund ist der Mensch und wenn der Mensch im Vordergrund steht, wird uns alles gelingen. Also ich sage dann auch nicht, was bringt es an Geld, weil Geld ist nicht bemessbar und ist auch nicht greifbar. Mein Vater hat immer gesagt, die Münzen kannst du als Beilagscheiben verwenden und das Papiergeld ist nicht einmal fürs Klo geeignet. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist so. Also was wirklich uns Freude, Leichtigkeit und Erfolg bringt, ist das, wenn wir für die Menschen wirtschaften. In allen Richtungen, das kann jetzt, das hat mit Bio zu tun, das hat mit Nachhaltigkeit zu tun, da fällt alles hinein. Und wir sind alle miteinander glücklich, in der Liebe zu leben. Und ich glaube, das ist das Ziel und das suchen wir auf Erden. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist das Ziel.